Hast du dich schon mal gefragt, warum du Angst vor dem Sterben hast? Mal sind wir mal ehrlich, die wenigsten Leute reden wirklich gerne über das Thema. Geschweige denn, darüber nachzudenken, alleine, im Bett, abends. Das macht den meisten Leuten Angst. Sie schieben es lieber zur Seite und tun so, als wären sie unsterblich. Vielleicht später, aber nicht heute. Das ist zum Tabuthema geworden für unsere Gesellschaft. Und weil es zum Tabuthema geworden ist, haben immer mehr Leute auch Angst vor dem Thema. Und deswegen möchte ich dir in diesem Video erklären, was du machen kannst, um die Angst vor dem Tod zu konfrontieren und damit automatisch auch ein bisschen weniger Angst zu kriegen. Ich sage nicht, ich werde dir die Angst komplett nehmen, aber wenn du dieses Video hier schaust, dann kann ich dir helfen und dir auch einen Grund geben, warum die meisten Leute eben so Angst haben. Viel Spaß bei diesem Video. So, schön, dass du noch hier bist. Das zeigt mir, dass du an dem Thema interessiert bist und den Mut hast, jetzt hier dir das Ganze auch anzuhören. Was ich schon mal sagen kann ist, ich habe schon sehr viel über dieses Thema nachgedacht und auch geschrieben. Ich habe ein ganzes Kapitel hier der Angst vor dem Tod gewidmet. Ich bin auch der Meinung, wenn du das Buch gelesen hast, dann weißt du es bereits, dass aufgrund der Angst vor dem Tod, der Angst vor dem Sterben, auch alle anderen Ängste präsent sind. Das heißt, je mehr Angst du vor dem Tod hast, desto mehr Angst hast du auch von allen anderen Ängsten und damit auch vor dem Leben. Das heißt, wenn du Angst vor dem Tod hast, hast du auch Angst vor dem Leben. Das heißt, Leute, die nichts riskieren, die nichts erleben, die ein sehr sicheres Leben führen möchten, die nichts riskieren möchten und damit auch wahrscheinlich nicht das erfüllteste Leben haben, sind die Leute, die lustigerweise auch am größten Angst haben. Und das merkt man vor allem jetzt in der Corona-Zeit. Die Leute, die jetzt gerade richtig Panik schieben, sind die, die realisieren, dass sie so kurz davor sein könnten, ihr komplettes Leben sozusagen zu verlieren. Das heißt, es ist so kontraintuitiv, weil man könnte ja eigentlich meinen, je geiler dein Leben, je erfüllter dein Leben, desto trauriger wärst du doch auch, es dann aufzugeben. Aber es ist eigentlich das Gegenteil. Je unglücklicher dein Leben, desto mehr Sachen du noch aufschiebst, je mehr Sachen du sozusagen noch nicht gemacht hast, vielleicht noch im Gespräch, vielleicht etwas dir selbst einzugestehen, etwas, was hier drin in deinem Ego noch schlummert, was du festhältst, je mehr dieser Sachen du noch hast, je mehr Konflikte, desto schwerer ist der Gedanke, irgendwann nicht mehr da zu sein und all diese Sachen nicht mehr machen zu können. Das heißt, das ist schon mal so der erste wichtige Grund, warum viele Leute Angst vor dem Tod haben. Weil sie einfach auch Angst vor dem Leben haben. Sie sind hier gefangen in ihrem Verstand. Ihr Ego lässt es nicht zu, sich zu befreien. Das ist die größte Chain, die wir haben, ist das Ego. Darüber habe ich ein Buch geschrieben, wie gesagt, kannst du dir auch gerne holen. Link ist in der Beschreibung. Und die Aufgabe, die jeder Mensch hat, ist, sich dessen bewusst zu werden, dass unser Ego am Ende des Tages unser Verhalten steuert und auch unsere Ängste steuert. Und deswegen ist es die Aufgabe eines jeden Einzelnen, sich das bewusst zu werden, dass dein Ego am Ende des Tages verantwortlich für deine Ängste ist und dass das Ego die Aufgabe hat, sich selbst zu schützen. Es fühlt sich zwar an, als wären die Ängste dafür verantwortlich, dich zu schützen, aber es geht eigentlich mehr darum, das Ego an sich zu erkennen und zu verstehen, dass die großen Lebensprogramme, die wir die letzten hunderte, tausende von Jahren gebraucht haben, uns heute nicht mehr dienen. Viele dieser Gefahren, die wir irgendwann mal gehabt haben, haben wir heute nicht mehr. Das heißt, der Verstand, das Ego, will uns nicht glücklich machen. Und weil uns der Verstand nicht glücklich machen will, macht er uns nur sicher. Und Sicherheit ist wiederum der Grund, warum wir immer wieder Angst haben vor dem Unsicheren. Siehst du, was ich meine? Und natürlich kann ich jetzt sagen, hey, hol dir einfach das Leben da draußen und sei glücklich und dann wirst du keine Angst mehr vor dem Tod haben, aber so einfach ist es nicht. Das könnte ja jeder machen, weil du kannst deinen Verstand nicht einfach abschalten. Der wird immer wieder kommen. Selbst wenn du mal so einen bewussten Moment hast, wo du das realisierst, wenn du sehr viel mit dir selbst ins Gericht gehst und deine Schatten konfrontierst, Schattenarbeit betreibst, wirst du immer wieder merken, hey, mein Verstand ist mir immer einen Schritt voraus. Deswegen müssen wir uns jetzt mal angucken, was können wir denn sonst noch machen? Was kann ich machen, um die Angst vor dem Sterben, Angst vor dem Leben, Angst vor den Risiken zu reduzieren und damit mein Leben glücklicher zu machen und erfüllter zu werden und dann eben, wie die meisten Leute, die wirklich erfüllt sind, zu sagen, hey, wenn ich morgen weg bin, dann ist es zwar immer noch nicht geil, dieser Gedanke, also ich möchte jetzt auch nicht morgen sterben, aber wenn es so wäre, dann ist es halt so und ich würde nichts anders machen, als ich es jetzt gemacht habe. Das ist nämlich das schönste Ergebnis, das man haben kann als Mensch. Zu wissen, dass man immer am richtigen Ort ist, zur richtigen Zeit, am richtigen Fleck, hier, jetzt gerade. Und wenn du etwas ändern möchtest, wenn hätte, sollte, könnte, müsste, würde, am liebsten, irgendwann, wenn das immer in deinem Kopf rumschwirrt, dann kommst du gar nicht in diesem Moment hier an. Du bist immer im Konflikt mit dem Jetzt und deswegen müssen wir uns jetzt mal anschauen, was kann man denn machen, um langsam aber sicher diese Illusion und diese Angst zu lösen. Der einfachste Weg für mich, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, ist das sogenannte Psychological Distancing. Das heißt, wir gehen in die Angst rein, in die größten Ängste. Das kannst du jetzt mit allen anderen Ängsten auch machen, aber gucken wir uns jetzt mal den Tod an. Das machen die Stoiker, schon seit tausenden von Jahren haben die das schon gecheckt. Du machst dir täglich bewusst, dass du sterben wirst. Du machst dir täglich bewusst, dass du nicht für immer hier sein wirst. Du konfrontierst diesen Gedanken, dass es diese Welt hier auch ohne dich geben wird. Du machst dir das richtig bewusst. Heißt, du versuchst es nicht mehr zu verleugnen, so wie die meisten Leute es auf die Seite zu schieben, gar nicht daran zu denken, Tabuthema. Weil das sorgt dafür, dass es immer wieder im Unterbewusstsein dich steuert. Und wenn du das gecheckt hast, dann drehst du es um. Dann machst du es dir jeden Tag bewusst und damit wirst dir auch eine Sache bewusster. Nämlich, dass dein Leben verdammt wertvoll ist, weil du irgendwann nicht mehr da bist. Das heißt, weil du irgendwann nicht mehr da bist, ist der jetzige Moment so fucking wertvoll. Und da werde ich immer emotional, wenn ich selbst daran denke, wie fucking wertvoll das jetzt gerade ist. Es ist das einzige, was du hast und je mehr du versuchst, in der Vergangenheit irgendwas noch zu verändern oder in der Zukunft irgendwas zu verhindern, desto weniger hast du vom Jetzt. Desto weniger bist du im jetzigen Moment achtsam und bewusst darüber, was es eigentlich heißt, am fucking Leben zu sein. Und das ist das einzige, was du machen kannst. Du kannst dir das immer wieder bewusst machen. Und das kannst du mit jeder anderen Angst auch, indem du sie konfrontierst. Und je mehr du festhältst, je mehr du an der Idee festhältst, ewig zu leben oder gar nicht darüber nachdenkst, desto unsicherer wirst du. Desto mehr Angst wird sich in dir breit machen. Und du wirst sie abstreiten, die Angst. Du wirst so tun, als wäre sie nicht da, weil auch das kannst du mit deinem Verstand sehr gut. Dich selbst belügen, aber es wird immer wieder zurückkommen. Ängste, die du nicht konfrontierst, die gehen nicht einfach weg, sondern die kommen immer wieder. Sie werden immer stärker. Und das ist der Grund, warum die meisten Leute so verdammt Schiss haben. Die haben Schiss vor deinem eigenen Leben, Schiss etwas zu riskieren. Sie machen nichts draus und dann kommt irgendwann Reue. Auf dem Sterbebett, wenn es zu spät ist. Da gibt es auch ein Buch von Bronnie Warren, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Und dort, in diesem Buch, steht nicht drin, dass die Leute, die kurz vor dem Sterben waren, gesagt haben, ich habe zu viel riskiert, ich habe zu viel probiert. Nein, dort steht drin, sie haben zu wenig riskiert. Sie haben zu wenig probiert. Sie haben zu viel gearbeitet. Zu wenig zu sich selbst gestanden. Ihr eigenes Potenzial nicht ausgeschöpft. Selbstverwirklichung, nicht ernst genommen. Obwohl das Wort, das Wort Bedürfnis nicht mehr beinhaltet, ist es immer noch ein Teil der Bedürfnispyramide von Maslow. Und deswegen auch bei der Chain-is-Life-Pyramide immer noch an oberster Stelle. Selbstverwirklichung ist ein Bedürfnis. Und wenn du es nicht auslebst, weil du Angst hast vor dem Leben, Angst hast, auf die Fresse zu fallen, und ich sage es auch wirklich ganz ernst, die meisten Ängste bringen dich nicht mal um. Sie sind nur hier oben. Sie passieren genau jetzt, gerade hier zwischen deinen Augen. Und in dem Moment, wo du es zwischen deinen Augen erlebst, passiert es bereits. Das heißt, das, wovor du eigentlich am meisten Angst hast, passiert jedes Mal, wenn du daran denkst, vor deinem geistigen Auge. Dein Verstand kann es gar nicht unterscheiden. Das heißt, du leidest für etwas, was noch gar nicht passiert ist. Und der einzige Weg für dich, aus dieser Scheiße rauszukommen, in meinen Augen, ist dir bewusst zu werden, dass hier der Verstand nicht dafür gemacht wurde, dich glücklich zu machen, sondern dass du überlebst. Und dass du heute die meisten dieser Mechanismen nicht mehr brauchst. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann kommst du langsam aus dem Ganzen raus, aus dem ganzen Strudel und du wirst dir bewusst. Und du siehst plötzlich die Menschen da draußen, die am glücklichsten sind und verstehst, dass es nicht darum geht, wie viel sie haben oder wie viel Geld sie akkumuliert haben oder wie viel Erfolg du auf sie projizierst. Sondern du realisierst, dass die einfach erfüllt sind, weil sie bereits genau das getan haben, was sie machen wollten in ihrem Leben. Sie sind immer im jetzigen Moment zufrieden, weil sie nichts anders machen würden. Das heißt, frag dich selbst mal, würdest du jetzt irgendwas anders machen? Bist du jetzt gerade nicht dort, wo du sein willst? Wenn das die Frage mit Ja beantwortet wird, dann rate ich dir auf jeden Fall an, Arbeit an dir selbst zu verrichten. Das ist eine sehr schöne, transformative Arbeit. Ich mache sie auch sehr gerne mit meinen Kunden. Chainless Mentoring. Unten in der Beschreibung ist auch ein Link, falls dich interessiert. Und ja, das ist der Grund, warum die meisten Leute Angst vor dem Sterben haben. Weil sie es sich nicht bewusst werden möchten und weil sie eben auch dadurch natürlich viel zu wenig machen in ihrem Leben. Interessantes Thema. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es ist ein Tabuthema, aber teils gerne mit deinen Freunden, weil dieses Bewusstsein, das brauchen wir hier. Besten Dank, dass du hier warst. Und bis zum nächsten Mal, dein Mischa. Peace out. Peace out.